Musik Wofür sollen jetzt die Hose sein? Na, wegen der Frauen. Achso, okay. Und das mit dem Wind, das ist nötig. Wie in Las Vegas. Okay. Aber, aber schon mal, Leute, das bin ich doch gar nicht. Das ist doch gar nicht mein Stil. Aber wisst ihr was? Ich zeige euch mal, wer ich wirklich bin. Hallo, mein Name ist Steffen Nietzsche. Ich bin Zauberkünstler und Moderator. Häufig werden mir die Fragen gestellt, was ist eigentlich Close-Up und wo ist meine Armbanduhr? Nun, das mit Close-Up werde ich Ihnen jetzt einmal erläutern. Bei der Close-Up-Magie erleben Ihre Gäste und sie die Zauberei hautnah, mit einer Mischung aus Comedy und Zauberei werden die Zuschauer aus nächster Nähe verzaubert. Close-Up eignet sich daher für jede Art von Veranstaltung, ob am Tisch, während eines Dinners, bei einer Hochzeit als Empfang oder bei Stadtfesten und vielen weiteren Events. Ich würde mich freuen, auch wie bald verzaubern zu dürfen. Bis dahin, sauberhafte Grüße, Ihr Steffen Nietzsche. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.